Sie sind nicht stolz auf Ihr Land? Natürlich bin ich. Wir sind ein Land der Dichter und Denker. Goethe, Schiller, die ganzen Musiker, Kultur, alles. Dass die Deutschen intelligente Menschen sind. Wem habt ihr? Wem habt ihr? Sie haben ja dafür nichts gemacht. Worauf sind Sie stolz? Ja, auf meine Vorfahren. Ihre Vorfahren haben auch viele andere Sachen gemacht. Sein Intelligenzquotient ist zu niedrig. Ich hoffe, es gibt nicht mehr solche wie Sie. Sie sind ein kranker Fanatiker in meinen Augen. Ein kranker Fanatiker. Sind Sie auf Ihr Land nicht stolz? Nein, warum soll ich nicht stolz sein auf irgendwas, was ich nicht dafür gemacht habe? Natürlich, das sind Ihre Vorfahren. Man hat irgendwas gemacht. Was hat das mit mir zu tun? Iran hat auch Indien eingeliefert. Iran hat so viele Länder kaputt gemacht in der Geschichte, was Sie sagen. Im Koran steht, stolz ist es eigentlich auf den Saat. Bin ich besser als jemand, der in Afrika geboren ist? Meine Großmutter und meine Mutter haben Steine geschleppt, dass Deutschland wieder aufgehört hat. Da bin ich stolz. Sind Sie auch stolz darauf, was man mit den Minderheiten gemacht hat, mit den Juden gemacht hat? Sie tun mir leid. Sie tun mir leid. Sie tun mir leid. Sie tun mir leid. Sie tun mir leid.